meine lieben freunde der mit einer vorlesen stunde beginnende unterhaltung kleiner hinweis hier ein schnitt schwarz-weiß jetzt mittelmäßig epische musik jetzt und wir starten rein lizenzfrei bitte sonst wird es wieder gesperrt richtig the water of lethe autumn winter 2022 2023 das vergessen oder viel eher die fähigkeit die geschehnisse der vergangenheit zu akzeptieren und hinter sich zu lassen ist ein wichtiger baustein für ein leben im einklang mit sich selbst der prozess der verarbeitung im erinnerung und erfahren jeder natur ist essentiell um neue lebenskapitel aufschlagen zu können der katalysator für das voranschreiten von alther gebrochen und den erinnerungen die irrevisibel und fest in der vergangenheit verankert sind ist vertrauen und in einem risiko nicht unwesentlichen maß die bereitschaft zum risiko die lethe als zentrales symbol der autumn winter 2022 bindestrich 23 kollektion ist einer der fünf flüsse in der unterwelt des hades der griechischen mythologie alle herabsteigenden seelen müssen von ihr trinken um wiedergeboren zu werden denn die wirkung des wassers löscht die restlichen weltlichen erinnerungen und wirkt somit als art reset der namensgeber der lethe ist der griechische gott der vergessenheit lethe denselben effekt hat sternburg bei mir also ich muss auch sagen also das was jetzt stand das ist das was ich mir jeden morgen aufstehen so als motivation mit auf dem weg gehe ich gucke so in spiegel und lese genau das vor genau und dann gibt es noch sechs backpfeifen für die leute die sich wundern was ich gerade vorgelesen habe das sind die ich würde mal show notes oder kollektions hintergründe und vor allem inspirationsgrundlage von the water of lethe von maximilian hoffmann den kram haben wir hoffmann das korrigieren muss nur ein f oh entschuldigung das richtig dankeschön dankeschön gut wir haben es eigentlich vergessen aber vincent hier wieder schön dass wir wieder zusammen sitzen der sehr dramatische einstieg hier führt uns dazu dass wir ein kleines paket bekommen haben neben die hängt ja wunderschön drei teile drei teile von dem lieben maximilian hoffmann kleiner background für die leute die noch nicht informiert sind maximilian hoffmann ist ein deutscher designer ziemlich jung noch ich habe leider kein genaues alter aber auf jeden fall das eine oder andere jährchen jünger als wir und die klamotten die der gute mann macht die schauen wir uns heute mal an willi und du kannst mir gerne mal die hose geben aber sehr gerne schön was haben wir hier willi wir haben hier eine hose die mir passt und dir nicht auf jeden fall richtig und da sind wir nämlich schon am kern des problems angekommen für die leute die den sich das schon mal angeschaut haben wissen heute behandeln wir keine streetwear sondern dark fashion wie kann man das nennen also schon higher fashion higher fashion nicht high fashion aber higher fashion normales streetwear auf jeden fall richtig ganz genau und wir haben hier das erste piece ich würde sagen dass eigentlich eine cargo hose im anzug optik genau mit ein paar taschen die hier sehr schön zusammengenäht wurde und auf so einem sehr elastanhaltigen stoff ist mir passt das ding tatsächlich nicht dir leider schon und du das ist vorhin an ja also ich muss sagen je länger ich mir das angucke desto krasse finde ich das piece tatsächlich also ich bin ja du bist ja also hose und so bin ich eher so konservativ standard baggie was weiß ich aber ich habe die vorhin angehabt und auch jetzt wenn ich mir die noch mal sowohl die jetzt noch mal so hoch gehörten hast das ist das für ein geiles piece eigentlich also jetzt mal ernst ja also ich fühle halt dieses trap nicht so der hätte man auch weglassen können aber ich glaube das ist auch so ein bisschen so markenzeichen von von dem maximilian aber ansonsten ist das ein unfassbar krankes piece alter jetzt mal ernsthaft also jetzt gleich noch mal im getragenen zustand killer ich bin auch sehr großer fan dazugehörig ist tatsächlich die jacke die kann wir auch gerne mal reichen hier so eine bomber jacke und ich muss ehrlich sagen ich bin unfassbar salty dass mir das gerät hier nicht passt man kann es an der schnitt ist auch hier wieder sehr boxy und und cropped so ich glaube die komplette silhouette ist darauf ausgelegt dass man durch die hose sehr lange beine bekommt eine schmale taille und dann ist genau auf naht aufgesetzt halt eben diese sehr boxy geschnittene bomber jacke gefällt mir auch sehr gut genau dasselbe material wie bei der hose nur das hat hier noch so ein bisschen bündchen stoff mit verarbeitet ist das ganze ist auch hier wieder sehr 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 gut vernäht auch hier eng zum strap unter verschiedene applikationen und da muss ich ehrlich sage ich habe das was du bei der hose fühlst mein freund das fühle ich bei der jacke genauso killer dinge wie geht dir die rein kommt du kannst mal was erzählen übelst krass also wirklich sehr feiner stoff fühlt sich sehr sehr geil an ich finde dieses fette bündchen hier unten bündchen kann man schon gar nicht mehr sagen bunt finde ich geil ich finde die versetzten fake taschen geil also ich weiß nicht ob das eine fake tasche darstellen soll aber es wirkt ja im ersten augenblick so dass man hier so reingreifen kann also hier die layerings machen machen die jacke auf jeden fall zu was ganz besonderem hinten sehr clean passiert nicht viel vorne dafür um so trotzdem ist alles das gleiche material es wirkt irgendwie wie so ein material mix und das ist für mich einfach ein geiles storytelling und ja was soll ich sagen also ich bin wirklich ich habe mich tatsächlich noch nie groß mit der brand beschäftigt aber bin super super hyped und und ein großer fan der jacke man könnte mich vielleicht sogar so einem fullfit demnächst mal sehen auf jeden fall sehe ich auf jeden fall auch und das letzte piece was wir haben ist hier noch der dazugehörige sweater und der hat hier tatsächlich eine besonderheit und zwar wer sich noch an unsere review zu edo goods erinnert der das material was hier verwendet wurde wurde gesorst und zwar sind es reststoffe die aufgekauft wurden und das ist auch so ein bisschen das nachhaltigkeitskonzept dahinter dass das produktionsüberhang ist normalerweise so würde sowas dann einfach irgendwann verbrannt werden weil das hat zu viel lagerkosten frisst in dem fall hier haben die das aber aufgehoben und will ich sehe worauf du hinaus willst gerade das ganze musste über instagram machen wenn du dir die und da kommen wir jetzt nicht auch mal dazu kommen wenn sie auf der website richtig normalerweise haben wir ja hier eigentlich nur so streetwear brands und willi hat ja gerade schon gesagt das ganze geht hier also in die richtung higher fashion und tatsächlich sind nicht nur die pieces auf einem sehr hohen standard sondern auch das ganze drumherum hier wird eine sehr gerade linie gefahren das ist ein extrem cooler instagram account das ist ein ganz klares look und viel was hier transportiert wird da steckt ein konzept dahinter die models passen zur marke die fotos passen zur marke die klamotten sind in sich komplett schlüssig also ich hier tatsächlich mal wieder ein konzept was was meiner meinung nach sehr 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 gut aufgeht und ich hoffe du hast die preise mittlerweile an der hand weil ich glaube jetzt wird es interessant ja und soll ich solchen vorgreifen ja bitte einfach sagen okay ich bin tatsächlich unfassbar krass überrascht wir reden hier von preisen für diesen crop pulli den du gerade gezeigt haben 150 euro 149 euro die bomber jacke und 99 99 und die hose und da kriegt es mich wirklich weg 179 euro und es klingt jetzt so als ob ich es viel finde aber ich finde es überhaupt nicht viel also es ist viel geld zu relativieren versteht mich nicht falsch aber ich muss ehrlich sagen ich habe jetzt bei jedem piece ungefähr mit dem doppelten davon gerechnet das ist wirklich krass ich bin auch ein bisschen schock gerade wir gehen hier so ein bisschen in die blind review ich habe vorhin kurz mit mit maximilian telefoniert einfach nur um auf nummer sicher zu gehen dass wir hier nicht ganz groben stoß labern aber wirklich wenig informationen eingeholt um hier ungetrübt reinzugehen in die ganze nummer also preislich wirklich sehr überraschend wenn man sich bedenkt dass wir hier schon auf diesem higher fashion niveau sind und ja teilweise verhältnismäßig nichts aussagende weniger konzeptionell und vor allem mit höheren stückzahlen und anderen ressourcen zur verfügung haben des brands rufen dieselben preise auf und bringen tatsächlich viel weniger aufs paket ja also gibt es nichts an zuzufügen also krass also ich also ich habe gerade mal nachgeschaut die materialien sind so gesourcen italien und gemäht in rumänien was ja aber trotzdem jetzt kein indiz für was positives oder negatives ist aber es ist halt trotzdem wir reden hier wirklich von qualitativ hochwertigen sachen die auch locker von wenn man die brands jetzt nicht auf die brand nicht achten würde könnten auch locker von ysl oder was weiß ich sein könnte hier auch im motto sein und ich finde es krass und ich finde es schön zu sehen dass einzelne personen klar wird er sicherlich auch hilfe haben so aber ist ja ähnlich wie bei louis doppelgarten das ist halt immer mehr dass immer mehr solche menschen rausspriesen sage ich mal diese creative hat sind und bock haben was anderes zu machen als das was es halt schon zu tausenden gibt erfrischend schön ist nicht alles mein ding natürlich so ist für mich nicht immer variable darum geht es aber überhaupt nicht es gibt um den ansatz und der ist einfach krass und ich bin auf jeden fall sehr gespannt ob wir da auch mal bei den brand check dazu machen können voll kleiner disclaimer hier an der stelle noch welche größen haben wir jetzt hier die die hose ist eine size 3 also ist tatsächlich auch bei den hosen das heißt ich glaube 3 ist die größte hier haben wir ganz schnell noch im moment das ist auch size 3 also das ist wahrscheinlich weißen set ist oder der sweater ist eine xl ganz genau und ich kann euch gleich sagen für alle leute die hier zuschauen die über 1 meter 88 groß sind und mehr als 90 kilo wiegen für euch wird hier nichts dabei sein ich passt in kein einziges teil rein das ist der einzige sehr harte wehrmutstropfen für mich ich würde gerne die jacke tragen ich würde gerne ins wetter tragen kann ich leider nicht einfach weil ich zu riesig bin dafür freut sich willi jedenfalls über die hose jacke und sweater wird wahrscheinlich auch nicht freunde wer bock hat das ganze auszuchecken wir haben alle links unten in der bio drin könnt ihr auf instagram vorbeischauen könnt gerne mal auf der website vorbeischauen von uns einen klaren daumen nach oben richtig richtig nice zwei sogar zwei uns läuft die zeit hier aus deswegen verabschieden wir uns hier an der stelle ich hoffe euch hat die kleine review hier gefallen folgt uns auf instagram das kommt auch noch mit dazu wir vergessen es immer wieder aber bis zum nächsten mal wir sind raus tschau tschau komm rein was wissen kunde alle